Hallo wieder bei LXH, dem FIFA 17 Let's Play, Johnny Let's Play und wir müssen gegen Arsenal in London ran, die auf Platz 1 stehen und wir stehen auf Platz 6 und wir dürfen noch nicht wieder spielen, wir haben noch immer nicht die Spielerlaubnis wieder nach der gelb-roten Karte. Naja, ok. Simulation hat aber 1-1 gebracht, was ganz ok ist. Ah, social media, bin unter, naja, nichts neues, ok. So, Trainingsschießen, naja, das können wir wenigstens. So. Ja, da bin ich wieder, Entschuldigung, da wurde ein bisschen gestört, ja. Aber jetzt geht's weiter hier. So. So, schon mal auf gut gemacht. Na ja, da wird wohl nicht excellent, sondern nur auf gut gemacht. Aber das sollte reichen. So, jetzt Chancenverarbeitung. Äh, nicht fair, sondern eher Erarbeitung. Ach, da war ein schöner Angriff. Ach, Mist. Ach, nee, da war gar nichts. Ach, nur den Torwart angeschossen. Ach, zu hoch. Ach, nee, echt da. Na, eins hat schon mal. Oh, den hätte ich reinmachen müssen. Mhm. So geht das nix. So, und jetzt den Torwart hier fahren. Na, nur, Leute. Entschuldigung, meine Wänse-Tische sind mal wieder sehr sprechaktiv gerade. Und? Ah. Ah. Nee, 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 nee. Ah. Ne, da hängt heute einiges. Ah, schade. Ne, das wird nix, ne, da versuchen wir nochmal und, ah, schade. Ah, schade, dass der Kompfer da nicht reingegangen ist. Naja. So, mehr Einsatz schonmal. Ne, ne, ne. So. Ah. Ah. Mist. Aber ich glaube bald sollte ich auf wenigstens knapp sein. Da ist das knapp. Und? Ah. Ah. Naja. Naja. B und A, das reicht, äh, C, das reicht eigentlich. Schusskampf gestiegen, ja. Start der Elf weiter gestiegen, dir das ansehen. So, keine neuen 2 3 medias. Und scheint wohl noch ne, ach ne, ja mal. Ah. 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 Echt. Ich habe mein Profil sehr gut gemacht, und ich werde nie sehen, dass die Williams kommen und BOOM! Komm her, Michael! Ich weiß, es war ich. Es ist immer du. Wenn ich mich anrufe? Oh, du hast meine Message? Ich habe eine Menge für dich. Das ist dick. Es ist lustig. Ich bin ein lustiger Mann. Ich wollte euch das zeigen. Du kannst mir Bilder machen, Michael. Go ahead, dann. Ich habe diesen Mann aus dem Shopping Center gesehen. Oh, der poor Mann. Sie sind aus der Williams. Shut up. Die Hunter-Brand ist ein wenig, Alex. Whatever du machst, du immer auf und auf die Piste. 50? Du hast ein Mann, mein Mann. Du hast jemanden auf die Piste. Keine Worte, Danny. Ich gebe dir einen Anruf. Cheers, Michael. So, okay. Neue Post. Mr. Alexander muss in der Stadtefte. Der gehört da hin. Das ist ein echter Sieg-Garant. Und Siege mag ich. Mr. Alexander. Liebling der Fans, aber ein zweiklassiger Kicker. Na klar. Hey, Mr. Alexander. Sorgst du schon wieder für Furore auf den Social Media Websites? Gibst du mir ein paar Follower ab? Hm, na ja. Die Nationalelf-Mannschaft braucht jetzt junge Talente wie Mr. Alexander. Ihre Zeit, wir kommen. England braucht frische Blut. Das tut ja beim Hingucken schon weh. Ruf mal einer Mr. Alexander oder Will Gats Walker an. Den Zweiteren lieber nicht. England braucht talentierte Nachwuchsspieler für die neuen Schwung sorgen können. Und ich kenne da einen Mr. Alexander. So, Leicester heute im Heimspiel gegen Stoke. Ich achte besonders auf den Youngster Alexander. So, langsam geht mir diese Dauerpräzenz von Alexander ja schon ein bisschen auf den Keks. Aber ich mag den Bengel halt trotzdem. Hashtag Alexander. Das Summa meines Sohnes ist übersät mit Alexander-Postern. Er redet über nichts anderes mehr. Hashtag Alexander. Gibt es schon einen kommendenhaften Aufstieg als den von Alexander in dieser Saison? Der Kerl hat das verdient. Und die Nationalmannschaft. Medien und Fans fordern für den englischen Nationaltrainer auf junge Spieler ins grisselnde Nationalteam anzuberufen. Nach dem Hinzu Leistungen des Nationalteams müssen endlich Youngster wie Volker und Tante ran. Einer von beiden. Nicht beide. Gerd Volker und Alexander haben dieses Jahr überzeugt. Es gibt also doch noch Hoffnung für das Nationalteam. Bei wer wird berufen? Ja, bemerke ich mal. So, dann wollen wir mal gegen Stokes spielen. Mit Alexander spielen. Immer noch Sechster. Leider ein Punkt hinter West Ham. Na gut, dann müssen wir ja eben in heute Leistung bringen. Leicester City, Stoke City. Was macht CC? Da geht es einfach. Der Kerl hat nach Bess hit. Der Kerl hat nach Spack werden. Der Kerl hat Hüste. Der Kerl hat Hüste habe. Und zur Aufstellung Ute und Zina auf der Bank Ja, da kenne ich keinen So, aber konzentrierte Leistung muss jetzt her Nicht so eine schlechte Leistung wie die letzten Spiele Die Trainer Ah, Shakiri, den kennen wir auch noch von den Bayern Oder war das bei Klappach Weiß ich jetzt gar nicht mehr Michael Oliver Nicht Jamie Oliver, sondern Michael Oliver So, Anstoß Bekomme ich keine Pässe mal hier an Wenn man nicht die Suppe verliert Kein Wunder So, hat der erste Angriff Und drehen ist das Ding 1-0 Erste Angriff Erstes Tor Bei diesem miesem Wetter mit der 33 Inler Wollscheid Wollscheid kommt mir auch als Name bekannt vor Oh 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 Ah, Freistoß, endlich mal. Ah, der Pass war nicht so toll und es gibt dann auch direkt Freistoß, komm, auf dich immer. Ah, Stefan ist eine echte Tollschussanregung. Wir fahren noch im Abwehrmodus. Ah, der war doch gar nicht auf den gedacht. Ah, na ja, wenn du auch erst nach Ewigkeiten hier passt, dann sollte die Passansage auch schlecht sein. Naja, wenigstens wurde der Angriff gestoppt. Und wieder ein Wurf für Stoke City und. Das ist ein Wurf für Stoke. Und der Doppelpack in. Ja, noch einen schönen Pass von mir, der weitergetragen wurde. Sah er mal schön auf Fuchs und dann setzt er sich da durch. 2.0 in der Achtung, das ist eine Minute. Schlechtes Timing, aber von mir. Ah, der Pass war nicht so schön, da war ein schlechter Pass. Soweit Stokes mal im Angriff. Aber da ist die Halbzeit schon vorbei. So, nur Däubchen nach oben zu. Bei diesen hervorgeragenen Stallpässen hast du gezeigt, was in dir steckt. Schöne Zweikampfarbeit, so will ich das sehen. Klasse, kurz besser heute. Und deine Pässe nach vorne sind exzellent. Ja. Oh. Oh. Hast du ein paar Laufen? Da wurde ich ja ein bisschen gepault für dich. Würde ich mal sagen. Ach. Schlechte Flanke. Schöner Pass. Hier und. 3.0. So. Und da schön mitgestochert. Und dann legt der Body über die Linie. Ja. Interessantes kämpferisches Tor. Die Fans hier am feiern. Christian Fuchshaus und Philipp Bernhard Rhein. Schlecht Berlin. Haus und Krink-Fortown. Ach, egal. Auf jeden Fall. Gallo Rhein. So. Schlecht. 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 Ah, das war ein schlechter Call. Doch bei einem Wechsel, oh, Harry Kane ist runter und Olua. Oh, da war ein knappes Ding. Komm Kumpel hier. So wirklich doll läuft das gerade nicht mit dem Ball laufen lassen. Schlechtes Timing. Und, oh, war ich wirklich im Abseits? Ich dachte, ich war, ah, aus meiner Perspektive sah ich aus, als ich hinter ihm bin. Ah, da war nicht sehr gut. Das Schuss war sowieso nichts. Und, schade. Und, ah, da war kein schlechter Pass, da war er einfach gut verteidigt, würde ich sagen. Der Spieler wurde ja festgehalten. So, Pferde hat reingekommen. Und der Neutangriff von Vista. Und, ah, da war nicht so gut. Ah, da war nicht so gut. Und, ah, da war nicht so gut. Und, 1 zu 3 machen sie noch. Na ja, kleiner Wehrmutstropfen. Ah, Eigentor durch die 17. Simpson. In der 19. Minute. Naja. 3 a 1. So, dringe den Gegner ab und bleibe unbedingt auf den Beinen, ja. Bei diesen hervorragenden Steilpisten hast du gezeigt, was in dir steckt. So, ja, schöne Zweikampfarbeit, so will ich das sehen, ja. Als Stürmer musst du nicht bloß Tore erzielen, du musst auch den Beinen in der Eingriffszone halten. Damit, äh, halten. Daran musst du arbeiten. Ja, ich weiß es. So, weiter jetzt. So, statt der Bonus, ja. Ja, der Wert ein bisschen gestiegen. Und Start-Eff. Wow. Naja. Attribute, noch nicht weiter gestiegen. Schade. Aber weiter geht's hier. Äh, äh. So. So. Nehmen wir eben noch die Post und dann machen wir für heute Schluss. So. Leicester, Mr. Alexander, muss bitte in die Stadt abstehen. Hashtag die nicht die nicht die nicht. Ja. Wenn ich mir Leicester so anschaue, muss Mr. Alexander in die Stadt abstehen. Klarer Fall. Ja. Mr. Alexander ist zurück in der Premier League. Willkommen. Vielleicht darfst du von Anfang an ran, damit wir uns begegnen. Hashtag eher nicht. Äh, ja. Leicester holt sich den Sieg und einer der Hauptgründe der Leistung ist Mr. Alexander. Leicester. Und super. Nachdem mit dem Dratt so anschaue, Mr. Alexander ist der beste Mann. So. Wieder ein Sieg für Alexander und Leicester. City. Super. Spiel heute. Sieh. Super Sieg heute. Schönes Spiel. Mr. Alexander. Immer wieder klasse mit dir. Chaos beim Gegner zu verursachen. Alexander ist bereit für das Heimspiel gegen Sunderland. Hashtag Schlussspieler. Hashtag Leicester. Los Leicester, heute muss ein Sieg her, Heimsieg her. Alexander Atmanie Plein. Hashtag Ding 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 Dong. Hashtag FC. So. Hochverdienter Sieg. Hashtag Alexander. Hashtag lccq. Ja. So. Meine Jungs von Leicester waren heute besten z 커� ten Sieg. Will gefeiert werden. Hashtag LCFC. Hashtag Ding 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 Dong. Und damit machen wir für heute Pause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.